Hallo und herzlich willkommen aus unserem TV-Studio in unserem Münchner Office. Mein Name ist Alessa Kästner und ich bin heute hier mit meinem Redaktionskollegen Helmut van Rinsum und wir stellen euch heute das Thema des Monats vor. In der neuen Ausgabe der Internet World Business dreht sich diesen Monat nämlich alles um künstliche Intelligenz. Chatbots, Algorithmen, Machine Learning. Man hat schon viel davon gehört, aber irgendwie ist das alles sehr abstrakt und wenig greifbar. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mir schon oft die Frage gestellt, was ist eigentlich eine KI? Um diese Frage zu beantworten, haben wir heute einen ganz speziellen Studiogast und was die sagt, hören wir gleich. Alexa, definiere künstliche Intelligenz. Laut Wikipedia künstliche Intelligenz, auch artifizielle Intelligenz, Englisch Artificial Intelligence ist ein Teilgebiet der Informatik, das sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens und dem maschinellen Lernen befasst. Okay, das klang jetzt ganz gut, aber ist meiner Meinung nach doch noch etwas abstrakt. Helmut, wie würdest du denn das ganze Thema mal definieren? Ja, war schon gut erklärt, wenn auch relativ kurz. Ich würde sagen, vereinfacht gesprochen ist künstliche Intelligenz. Damit beschreibt man Computersysteme, die sich intelligent verhalten, die versuchen, menschliche Fähigkeiten nachzuahmen, also Sprache zu verstehen, Sprache zu sprechen, Bilder zu erkennen, Zusammenhänge zu checken und dann Vorhersagen zu treffen. In dem Zusammenhang ist auch der Begriff, du hast es erwähnt, Machine Learning. Auch ganz interessant, darunter wird Software verstanden, die von sich aus in der Lage ist zu lernen, ohne dass sie extra umprogrammiert werden muss. Und das klingt jetzt alles sehr nach viel Theorie, aber in der Praxis ist künstliche Intelligenz längst in unserem Alltag angekommen. Wir kennen alle Smart Speaker, wir haben gerade einen gehört. Wir kennen die Google-Suche, die arbeitet mit künstlicher Intelligenz oder wenn wir mit Chatbots interagieren, dann ist da auch immer viel künstliche Intelligenz im Spiel. Ja, absolut. Also es gibt eigentlich, glaube ich, keinen Bereich unseres Lebens, wo künstliche Intelligenz noch nicht mit reinspielt. Was macht aber diesen Trend gerade für den Handel so interessant? Ja, haben wir uns auch gefragt und untersucht und wir haben dann ungefähr 10 bis 15 Bereiche identifizieren können, wo künstliche Intelligenz für den Handel eine Rolle spielt. Ich kann mal drei Beispiele nennen, zum Beispiel Dynamic Pricing. Da geht es darum, dass die Preise des Online-Shops in Echtzeit angepasst werden und zwar nach Faktoren, je nachdem, wie viele Produkte habe ich noch vorrätig, wann kommt die nächste Lieferung, wie verhält sich eigentlich gerade die Konkurrenz, wie ist das Wetter, spielen Events irgendwie mit eine Rolle, welcher User sitzt da gerade vor mir, ist der bereit, eine Ausgabe zu tätigen, wie viel Geld hat der und alles spielt da eine Rolle, je nachdem, ob der Preis nach oben oder unten angepasst wird. Ein weiterer Einsatzbereich ist die Texterstellung. Es gibt sehr viele Shop-Betreiber, die lassen sich ihre Produktbeschreibungen mittlerweile von künstlicher Intelligenz erstellen. Das geht sehr schnell, ist auch günstiger, als wenn man lauter Texte hinsetzt und es hat den Vorteil, dass man schnell Änderungen vornehmen kann. Man muss die KI quasi nur mit Produktinfos füttern und dann schreibt die ganze Texte drumherum und zum Teil lassen sich diese Texte auch schon in andere Sprachen übertragen. Und last but not least, Produktempfehlung ist so ein Feld. Wir kennen das alle von Spotify, Netflix, YouTube, Facebook, dass wir immer die Inhalte zu sehen bekommen, die uns interessieren, damit wir möglichst am Ball bleiben und auch das ist für Online-Shops zunehmend von Relevanz. Der Siegeszug scheint also unaufhaltsam zu sein und somit sollte sich auch die ganze Branche damit beschäftigen. Bei uns auf der Website internetworld.de gibt es immer wieder spannende Artikel dazu, natürlich auch auf unseren Social Media Kanälen und vor allem in der neuen Ausgabe der Internet World Business, der Siegeszug der KI, das Thema des Monats. Dem haben wir deswegen ein ganzes Heft gewidmet. Helmut, du hast dich hier mit dem Thema jetzt auseinandergesetzt. Was würdest du sagen, welche Artikel in dem neuen Heft darf man sich auf keinen Fall entgehen lassen? Schwierig, da jetzt einen Artikel zu erwähnen. Ich würde mal sagen, das ganze Heft ist interessant geworden. Wir haben versucht, die ganze Bandbreite zu schildern, wo künstliche Intelligenz im Handel eingreift. Ein paar Beispiele habe ich schon genannt. Wir beschreiben das möglichst konkret an Cases, zum Beispiel, wie eBay und Zalando Bilderkennung einsetzen. Der User muss ein Bild hochladen, kriegt dann Produkte empfohlen, die offenbar seinem Styling entsprechen, bis hin zur Lagerhaltung. Oder auch, wir reden über, welche Regeln gelten für Unternehmen, wenn sie künstliche Intelligenz einsetzen. Verschiedene Unternehmen haben sich eigene Regeln verabreicht. Und da lautet eine zum Beispiel, es muss einen geben, der dafür verantwortlich ist. Und wenn man diese künstliche Intelligenz irgendwie von einem Dienstleister bezieht, dann muss man auch jemanden haben, der für diese Dienstleisterbeziehung verantwortlich ist. Und eine wichtige Frage aussieht, es muss immer auch einen Ausschalter geben, diese künstliche Intelligenz jederzeit ausschalten zu können. Ja, und wir schreiben auch viel über Chatbots. Wir haben eine Anbieterliste. Wir schreiben darüber, wie man den Erfolg monitoren kann. Und auch über die wichtigsten Fragen. Ja genau, weißt du eigentlich, welche Frage den Chatbots von den Usern am meisten gestellt wird? Nein, sag mal. Das ist die Frage, wo bleibt eigentlich meine Bestellung? Kenne ich auch zu gut. Also wir haben uns bemüht, rund um alles wirklich abzudecken, das ganze Feld. Auf jeden Fall sehr spannend. Also kannst du zuletzt noch sagen, was für dich so eine der überraschendsten Erkenntnisse war, die dir jetzt das Heft gebracht hat? Also die überraschendste Erkenntnis war quasi diese Summe, würde ich mal sagen, wie viele Bereiche es gibt, wo mittlerweile künstliche Intelligenz im Handel eingesetzt werden kann. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir erst am Anfang einer Entwicklung stehen, die jetzt dann wahrscheinlich rasant zunehmen wird oder mit ziemlicher Sicherheit aufgrund verschiedener Faktoren. Wir werden immer mehr Daten haben, zur Verfügung haben. Die Software wird immer leistungsfähiger. Und wir werden auch immer mehr Leute haben, die sich damit auskennen. Wir werden immer mehr ausgebildete Data Scientists auf den Markt kommen. Das heißt, das Thema wird zulmend relevant sein. Und wir haben uns bemüht, auf diesen 60 Seiten zumindest den Status quo so zu beschreiben und einen kleinen Ausblick zu geben, wo die Reise hingeht. Super. Wir fassen also zusammen. KI wird vieles im Handel verändern. Und ja, es wird auch einige Herausforderungen mit sich bringen. Und deswegen ist ganz klar, wer sich jetzt mit dem Thema nicht auseinandersetzt, wird auf Dauer abgehängt werden. Damit das nicht passiert, werft am besten gleich einen Blick in die neue Ausgabe der Internet-World-Business. Premium-Plus-Abonnenten finden diese wie immer in ihrem Briefkasten. Und natürlich gibt es sie auch im digitalen Heftarchiv. Und wer noch kein Abo hat, der kann natürlich wie immer eins unter internetworld.de slash Abo abschließen. Dann sage ich damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.